Liebe Mama, lieber Papa, vor fast 20 Jahren kam ich in euer Leben. Ich war das kostbarste Geschenk, das ihr euch vorstellen konntet. Aber etwas stimmte nicht mit mir. Euer Kind konnte nicht hören. Alle sagten, dass man nichts machen könne. Dass ihr, dass wir damit leben müssten. Aber das wolltet ihr nicht. Ihr wolltet das Beste für euer Kind. Und das bedeutete, eine mutige Entscheidung für eine revolutionäre Behandlung zu treffen. Zwei kleine Hörimplantate, die Wunder bewirkten. Ich war erst zwei Jahre alt. Aber ich erinnere mich noch immer an den Tag, als ich zum ersten Mal hören konnte. Anna! Damals habt ihr den Grundstein gelegt, damit ich hören, sprechen, lernen und mich ausdrücken kann. Wegen euch kann ich nun alles tun, was ich liebe. Danke, Mama und Papa, für das größte Geschenk, das ihr mir geben konntet. Mein Gehör.